Fellowes Produktlinie hat in den letzten Jahren an großer Beliebtheit zugenommen. Heute schauen wir uns den Fellow Stack Pour Over Dripper an und sprechen darüber, für wen sich der Kauf lohnt. Hi und herzlich willkommen zurück auf dem Coffee Circle YouTube Kanal. Auf diesem Kanal findet ihr alles rund um das Thema Kaffee. Und bevor wir zum Testbericht kommen, schauen wir uns einmal die Besonderheiten dieses Brewers an. Der Brewer hat eine doppelbandige Isolierung aus Edelstahl, dadurch bleibt die Brühtemperatur stabil. Durch 10 Löcher auf der Unterseite des Brewers soll es keine Verstopfungen geben. Bei dem Calita Wave, einem ziemlich ähnlichen Brewer, gibt es nur 3 Löcher und beim V60 nur 1. Die schmale Bauweise des Drippers ist auch eine Besonderheit, da dadurch in der Theorie mehr Wasser und Kaffee in Kontakt kommt. Eine weitere Besonderheit des Brewers ist der Drip Cup. Mit diesem Drip Cup kannst du am Ende nach dem Brühvorgang einfach den Brewer reinlegen. Du kannst ihn aber auch nutzen, um mehr oder weniger genau Bohnenmengen zu definieren. Ob das in der Praxis auch so hilfreich ist, darüber sprechen wir dann gleich. Außerdem kommt der Brewer in einem minimalistischen Match schwarz wie bei vielen anderen Fellow-Produkten. Und er ist sehr robust gebaut, was vielleicht auf Reisen ganz spannend sein könnte. Der erste Eindruck des Fellow-Drippers ist auf jeden Fall positiv. Er ist relativ schwer verglichen zu anderen Drippern wie dem V60 oder dem Calita Wave. Und alles in allem fühlt er sich wirklich hochwertig an. In der Verpackung enthalten sind ein Dripper, ein Trichter, 10 Papierfilter und der Drip Cup. Mein erster Eindruck war, dass dieser Trichter ein ziemlich unnötiges Extra-Teil ist, was man verwenden könnte. Aber in der Praxis hat sich dann doch herausgestellt, dass er ziemlich praktisch ist. Wenn du eine Handmühle zum Kaffeemahnen verwendest, reicht in der Regel der Behälter der Mühle aus, um den Kaffee dann hier in den Filter zu füllen. Sobald du aber elektrische Mühlen verwendest, könnte es etwas schwierig werden. Da die Behälter von elektrischen Mühlen etwas größer sind, geht der Kaffee auch mal in die Seiten oder daneben. Daher stellt es sich tatsächlich heraus, dass dieser Trichter durchaus praktisch ist. Zu den Papierfiltern lässt sich sagen, dass sie ziemlich einfach in der Handhabung sind. Sie passen natürlich auch ideal in den Brewer und ich hatte bisher keine Probleme damit, diese Papierfilter zu verwenden. Alternativ kannst du auch die Calita Papierfilter nehmen. Die kleinen passen auch in den Filter, sind aber dann relativ niedrig. Die großen Calita Papierfilter eignen sich etwas besser. Ich würde also empfehlen, immer die größeren Calita Wave Papierfilter zu nehmen, falls du gerade keine Fellow Papierfilter zur Hand hast. Der Drip Cup hat zwei Markierungen. Diese sollen anzeigen, wie viel Kaffee du brauchst, um eine Tasse Kaffee bzw. zwei Tassen Kaffee zu brühen. Auf Reisen mag diese Markierung vielleicht etwas hilfreich sein, aber wir empfehlen eigentlich immer, wenn möglich, eine Waage zu benutzen. Dadurch erzielst du einfach die besten Resultate. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Thema und zwar Reisen. Ich denke, dafür ist der Brewer ideal geeignet, da er sehr robust gebaut ist und man sehr gute Ergebnisse damit erzielen kann. Verglichen mit einem klobigen V60 oder auch mit einem Calita Wave ist dieser Dripper deutlich praktischer. Außerdem ist die schmale Bauweise von Vorteil. Ich denke, dass man diesen Dripper auf jeden Fall in jede Tasche bekommt. Kommen wir nun zum Thema Geschmack und Resultate. Wie bei allen anderen Pullover Drippern hat die Technik einen großen Einfluss auf den Geschmack deines Kaffees. Ich habe mit diesem Brewer verschiedene Techniken ausprobiert. Vom Brühvorgang bis zum Mahlgrad. Generell hatte ich immer ziemlich gute Ergebnisse mit diesem Brewer erzielt. Der Brewer ist in der Handhabung etwas leichter als ein V60 oder eine Chemex, liefert aber ähnlich gute Ergebnisse. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen. Die Bauweise des Fellow Drippers ist ziemlich robust und hochwertig, was ich sehr gut finde. Außerdem ist das Design sehr minimalistisch und sehr clean gehalten. Durch den kleinen Formfaktor eignet sich der Dripper besonders gut auf Reisen verglichen zu einem V60. Außerdem war der Brewer sehr leicht zu reinigen, was ich sehr gut finde. Der Geschmack des Kaffees aus diesem Brewer ist immer hervorragend. Man bekommt einen sehr klaren, nuancierten und angenehmen Filterkaffee. Außerdem ist die Extraktion durch die schmale Bauweise und die Isolierung ein klarer Vorteil. Der Brewer ist ziemlich schmal. Das heißt, der Spielraum, um deinen Kaffee aufzugießen, ist relativ klein. Außerdem ist mir aufgefallen, dass die schmale Bauweise mit vielen Tassen nicht kompatibel ist. Zu Hause hatte ich also das Problem, dass ich den Filter auf meine Tassen gesetzt habe, da ich immer direkt in die Tasse brühre und der Filter entweder in der Tasse versunken ist oder leicht schräg stand. Das heißt, wenn du kein Kaffeekännchen zur Hand hast, könnte das ein wenig tricky werden. Dann habe ich auch erwähnt, dass die Markierungen im Drip Cup nicht sonderlich präzise sind. Auf Reisen vielleicht ein guter Richtwert, dennoch nicht sonderlich akkurat. Für beste Ergebnisse empfehlen wir immer, eine Feinwaage zu benutzen. Ich verlinke euch gerne ein paar Beispiele in der Infobox. Außerdem ist die Durchlaufzeit des Kaffees relativ schnell, da wir 10 Löcher auf der Unterseite haben. Ich finde aber, dass man mit dem Brewer relativ schnell warm wird und nach ein, zwei Mal Brühen hat man den Dreh relativ schnell raus. Mir gefällt das minimalistische Design, die einfache Handhabung und die Robustheit des Drippers besonders gut. Der Kaffee aus diesem Dripper schmeckte immer wunderbar und ich hatte keine Probleme mit jeglichen Kaffeesorten. Ich persönlich fand es schon etwas nervig, zu Hause immer in die Thermobecher brühen zu müssen und dann umzufüllen. Wenn du ein Kaffeekännchen oder schmale Tassen zu Hause hast, dann sollte das kein Problem sein. Ist aber definitiv ein Faktor, der zu berücksichtigen ist. Preislich liegt der Fellow Dripper bei 75 Euro, also eher in der gehoberenden Preisklasse. Hast du noch weitere Fragen zu diesem Dripper? Schreib es gerne in die Kommentare und wir beantworten dir gerne deine Fragen. Ich werde dir den Fellow Dripper und auch alle Produkte, die ich in diesem Video verwendet habe, unten in der Infobox verlinken. Und wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und abonniere unseren Kanal für weitere Videos rund um das Thema Kaffee. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.